Ich will dir sagen, nur jetzt sag. Wir wollen euch sagen, grüßen Dank für das, was ihr seid gekommen und uns freut uns auf Jontef. Und was sagst du auf Schläume? Schläume ist ein guter Mensch, ein guter Rebbe? Auf mir? Was bin ich? Ich bin ein Rebbe, wenn ihr nicht wisst. Ihr wisst nicht, ob ich ein guter Rebbe bin, stimmt? Nun, ich sehe euch, wenn ich in Jontef bin, oder wie du bist, sehe ich, ich kenne euch euch. Und was meint ihr? Ich bin ein guter Mensch oder nicht ein guter Mensch? Ihr seid ein guter Mensch. Wenn ihr nicht ein guter, wollt ihr doch nicht gewesen. Oh, oh, ich darf das aufnehmen und sagen meine Freude, als ich bin ein guter Mensch. Sog meine Frau Chani, sag Chani, dein Mann ist ein guter Mann. Sog ihr. Chanele, meine Frau ist Chanele. Sagt Chanele, dein Mann ist ein guter Mann. Sog ein paar Wörter, sog. Liebe Chanele, ihr habt einen Mann, der Beste von allem. Und ihr müsst sein, glücklich, bis 120 zusammen mit dem Mann und alles Gutes in der Familie. Oh, mein, das sage ich meiner Frau heute. A dank. Ich hoffe, ich beweist, dass ich ein guter Mann bin. A dank. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin ein guter Mann. Vielen Dank.